Hallo zusammen, hier ist wieder Heuchela und heute bin ich wieder für euch in Battle for Ashton unterwegs. Und zwar wollte ich heute wieder so ein kleines Opening basteln. Es geht nämlich um eine Weekly Mythic Plus Kiste und ich würde sagen, da schauen wir heute mal rein, was wir rauskriegen. Ich brauche nämlich noch das ein oder andere Item und zwar, oh jetzt habe ich gerade meine Arena Trinkets an. Normalerweise habe ich hier noch ein 410er, diese Glocke, aber ich könnte ganz gut noch ein anderes Trinket gebrauchen, und vor allem für die Arena, was ein bisschen höher gerollt ist, ist 400. Wichtigungsweise eine Waffe, die hochgerollt wäre, weiß ich nicht, so eine 410er, 415er wäre ganz nice, die quasi nicht dieser Dreizeit ist, denn der hat keinen Mainstead Agi drauf. Den kriegt der erst über ein paar Procs und ja, ich will gerne so eine Burst-Kombi in der Arena spielen, deswegen wäre das ganz nice, wenn ich da eine Waffe hätte, die direkt schon die Agility quasi drauf hat. Jetzt gucken wir mal, was wir rausziehen können. Ein bisschen Punkte müsste ich auch noch kriegen, dass ich mir neue Azeriteiteile kaufen kann. Oh, was ist das? Eine Hose, die scheint gerollt zu sein, aber ich habe schon eine 415er und die ist auf... Die ist auf 425 mit Sockel, what the fuck? What the fuck? Okay. Wow, okay, hat der Täler mal Lack. What the fuck? Ihr habt noch nie was Maxroll mit Sockel rausgezogen. Gut, die hat jetzt vielleicht nicht so geile Stats, ne? Die hat hier Tempo, Crit, das ist jetzt eigentlich das, was ich nicht brauche. Ich brauche eher Mastery, aber ich sage mal so, die ist halt 10 Item Level höher und hat einen Sockel. Oh, das ist nice. Ich glaube, die ziehe ich trotzdem an Scheiß drauf. Scheiß auf die Stats. Äh, ich glaube, als in der Arena für die Katze ist Crit und, ähm, Tempo jetzt auch nicht so schlecht. Dann klatsche ich mir da halt einfach Mastery drauf und gut ist. Oder was habe ich auf den Ringen drauf gemacht? Da habe ich auch Mastery. Ich muss immer gucken, dass es für beides so ein bisschen sinnig ist. Und als Bär ist Mastery eigentlich so der zweitbeste Stat, deswegen kann man das schon machen. Dann haue ich mir da einfach Mastery drauf und gut ist. Jetzt schauen wir mal, wo haben wir es in Edelstein? Jetzt habe ich gleich alles durchgeklickt, ohne es richtig zu finden. Und dann hauen wir uns, 40 war, glaube ich, habe ich sonst auf dem Gear irgendeinen Sockel eigentlich? Tatsächlich ist das mein erster, obwohl ich habe nicht mal den Agi-Sockel drin, ne? Oder habe ich den auf irgendeinem Auswechselteil? Ich meine, warte mal, ich könnte mir auch diesen Agi-Sockel drauf machen. Der ist wahrscheinlich sogar tatsächlich besser, weil einen kannst du ja ins Gear bauen. Hier, 40 Agi. Warum sind die so teuer? Okay, irgendwie kosten alle... Warte mal. Die kosten irgendwie nur 100 und die anderen haben das für 2000 drin. Keine Ahnung, ich habe dieses Edelstein noch kein Ingi, sage ich, kein Juve so weit gebastelt. Weiß nicht, wie viel die normalerweise kosten, aber 100 Gold ist voll vertretbar. So, dann sockeln wir das doch da rein. Und haben ein recht schickes Ding. Ich habe da nur eins von der Kategorie... Ja doch, okay, das hat... Warte mal, hat das jetzt gebackt? Moment, anscheinend habe ich doch schon eins. Nein, ich habe hier nirgends was drin. Ah, doch, der Gürtel. Fuck, jetzt habe ich mir... Ja gut, das war nix. Dann holen wir uns doch hier Mastery. Gut, dann 14 Gold. Dann muss ich bloß den einen Sockel für 100 Gold wieder verticken. Naja, solange ich mir nicht den für 2000 gekauft habe, ist, glaube ich, alles gut. Ich habe doch einen Sockel. Und zwar hier in dem Gürtel habe ich anscheinend auch schon mal was gerollt bekommen. Dann machen wir das da so rum. Zumindest 40 Mastery. Ja, das hat sich doch mal gelohnt. Achso, übrigens, ich habe hier schon mit dem Char auch 4 20er Items an beiden Slots. Bloß, ja, wie gesagt, gerade meine Arena-Gier. Und da muss ich nochmal gucken. Ich könnte mir jetzt eigentlich dann dementsprechend hier nochmal neue Items über Titan-Residium kaufen. Wobei ich mir da noch ein bisschen mich informieren wollte, was ich vielleicht am besten für Trades noch nehme. Weil ich spiele ja ein bisschen Katze in der Arena. Und dementsprechend, ja, muss ich mir da nochmal ein bisschen Zeit nehmen. Nicht, dass ich das Falsche kaufe. Gut, das war es mit dem kleinen Opening. Ich hatte mal, ja, würde ich schon sagen Glück gehabt. Heißt für mich, da steigt die Motivation wieder die Woche Mythic Plus zu spielen. Und ja, schreibt mir gerne mal in die Kommentare, was ihr so bekommen habt. Euer Tela, bis zum nächsten Mal. Ciao.